Naja, äh, ich bin verwundet. Ich glaube, ich werde zum ersten Mal sterben. Und damit herzlich willkommen bei Mist Survival, einem Early Access Spiel, das erst seit kurzem draußen ist, seit einigen Tagen. Soll aber, hat aber jetzt schon recht gute Steam-Bewertungen erhalten. Ja. So, was haben wir denn hier? Eine Säge. Und ein Upgrade-Inventar. Juhu. Wenn ich auf Tab drücke, kommen meine Statistiken hier. Hunger, Durst. Okay. Okay. Was hab ich hier? Loot. Ähm. Benzin. Mein. Matches. Ja. Für Fahrfeuer. Und Abäpfel. Okay. Harvest. Abäpfel. 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 convin . Ab área. Abäpfel. Abäpfel. ora style. mujer. Abäpfel. Abäpfel. Anlagen. legen. Irgendwas. Keine Ahnung. Eine Crewlist habe ich noch nicht. Mal gucken. Habe ich jetzt irgendeine Waffe? Wie ist denn mein Inventar? Ah, hier. Ich kann jetzt bestimmt auch die Säge da hinlegen. Ja. Aber irgendwie nicht auswählen. Okay. Bäume kann ich nicht fällen wie bei Rust, oder? Ah, wozu ist dann die Säge da? Ähm. Crafting Tools. Steak. Feuerwehr. Doch, ich, ich, ich. Ach so, ich brauche eine Axt. Und mit der Säge kann ich dann das Holz sägen. Okay. Wollen wir mal kurz, ähm, die Gegend erkunden. Also, die Grafiken sind zu Titeln nicht schlecht aus. Und die Performance, da habe ich auch schon schlechtere Sachen gesehen. Kurz nach Early Access Start. Uiuiui. Uiuiui. Berge. Oh. Oha. Ah, hier. Hier ist ein Gebäude. Oha, ein Bär. What the fuck? Oh, zum Glück, äh, hat der keinen Bock auf uns. Der hat wohl schon was gegessen. Puh. Was ist das hier? Pick up components. Okay. Open truck. Ah, okay. Man kann auch Trucks looten. Und Autos looten. Alle? Nee, nicht alle. Essen. Und components. Metal Scraps. Kann man bestimmt alles, alles fürs Bauen nehmen. Oh Gott. Ich bräuchte mal eine Waffe. Also, ganz ohne ist mir nicht so geheuer. So, ähm. Hier sieht es ja sehr geil aus. Hier wurde schon alles abgeräumt. Und, äh. Wir sind ein Vampir. Wir haben kein Spiegelbild. Und, was? Ach nee, das ist ein Fenster. Ich dachte jetzt echt, dass das ein Spiegel ist. War das? Nee, das ist auch ein Fenster. Hotelzimmer ohne Bad. Das ist immer ein Traum. Ist echt gar nichts. Also, wie ich schon gesagt. Das ist erst seit ein paar Tagen im Early Access. Ja, also. Man soll noch nicht viel erwarten. Aber, äh. Laut den Steam-Bewertungen ist hier schon recht viel drin. Für. Ein Early Access. Von hier kamen die komischen Geräusche. Kann ich auch. Schleichen kann ich auch. Das ist gut. Ich höre was. Hier ist ein Klo. Und hier ist ein Spiegel. Oder war ein Spiegel. Mich hört niemand. Mich hört niemand. Also, Ziel zu spielen ist es, so lange wie möglich zu überleben. Und dabei trifft... Trifft man auch auf NPCs. Alter, die Geräusche. Also, man ist nicht alleine hier in dieser Welt. Es gibt auch andere Überlebende. Das ist aber noch... ein komplettes Single-Player-Spiel. Die Entwickler, dessen... ...Wirmenname ich mir... ...ich nicht ausbrechen kann. Haben gesagt, dass eventuell vielleicht noch ein PvP-Modus... ...oder... ...zumindest... ...ein Koop-Modus kommen... ...könnte. Hier ist Blut. Da. Da gehe ich nicht rein. Was können wir denn jetzt schon herstellen? Ein Stock. Okay. Gut, gut. Also, Holz kann man entweder aus den Locks herstellen... ...oder aus Woodscrap. Lashing. Das ist ein Seil. Okay. Essen. Dry Meat. Kann ich denn eine Axt herstellen? Äh, was? Basic Wooden Arrow. Äh, ein Schlafsack. Den brauchen wir wahrscheinlich, um zu speichern und... ...zu rasten. Feder. Also, Waffen kann man... ...wie es aussieht, noch nicht herstellen. So, dann wären wir hier mal fertig. Huah! Alter. Ist der schneller als ich? Ja, komm! Geh hoch! Oder auch nicht. Oh Gott! Ist doch sowas wie eine Karte. Ich will sie zurück zu meinem Lager. Mist. Ich habe keine Waffen. Oh Gott. Krieg ist nicht hoch. Ich will sie nicht hoch. Sieht wohl fast so aus. Sieht wohl fast so aus. Achso, ja. Ah, okay. Basic Fire, Camp Fire. Drying Rack. Cooking Pot. Ich brauche Waffen. Ich brauche Waffen. Fallen gibt es noch nicht. Ah, hier gibt es auch Untermenüs. Kühlschrank. Okay. Was? Man kann Hühner craften? Achso. Kann ich hier klingeln? Set a Space. Ähm. Jetzt habe ich ein Haus. Als Basis. Nicht übel. Und ein Axt. Jawohl. Läuft doch. Kann ich die jetzt wählen? Ah, okay. Jetzt kann ich... Jawohl. Läuft doch. Was? Habe ich jetzt irgendwas schon bekommen? Äh. Nein. Hier. Ach. Leaves. Blätter. Und ein Tree Bark. Was ist denn ein Tree Bark? Ähm. Rinde. Okay. Oh. Leaves. Leaves. Und da war noch ein Stock irgendwo. Okay. Oh. Was ist denn los? So. Leaves. Leaves. Unser erstes Holz. Juhu. Warte. Ich lagere mal die unnötigen Sachen in den Schrank hier ein. Ähm. Wrecks brauche ich erstmal nicht. Ähm. Psyrien Kit. Ach ne. Piotika brauche ich erstmal nicht. Ähm. Ja. Das. Nehme ich mal mit. Steine. Ne. Ne. Nehme ich mit. Nehme ich... Neh. Boah. Boah. Hier muss ich massiges Zeug. Noch ne Axt. Und ne Reifen. Kann ich damit jetzt... Oh. Kann ich damit jetzt... Äh. Dazu brauche ich bestimmt... Irgendeine Art von Werkzeug. Oder? Oder? Ah, da werde ich den Reifen jetzt hier hinlegen. Nee, geht leider nicht. Schade. So, was gibt's hier noch so Feines? Güler. Oh, Mist, ich brauche dringend eine größere Tasche. Neun Millimeter, ob ich jetzt schon Munition brauche. Mist, was ist, was mich ist. Oh. So, den habe ich erstmal weggeheißen. Und den Hammer. So, die Neun Millimeter, kann ich die jetzt, ähm... Ups. Jawoll! Jetzt habe ich zwei Schuss. Cola trinke ich auch dann mal. Erstmal lege ich sie in die Schnellstartleiste. Läuft doch! Oh, ein Motor, Alter. Wieder neun Millimeter. Okay, kann ich gleich mal laden. Sieben Schuss. Und noch mehr Schuss. Oh, eine Workbench. Ne Autobatterie. Okay, Interakt. Das kann ich hier herstellen. Craft time in 20 Minuten, oder was? Ah ja, nein. Nägel kann ich hier herstellen. Leder. Äh, Matches. Okay. Oh, cool, cool. Ähm. Ja. Und eine Säge. Crowbar. Gast. Zirken Lockpick. Dazu müssen wir die Workbench erst upgraden. A Combat Knife. Basic Bout. Das ist Babo. Stick, lashing, und dried. Stell ich denn lashing her? Gibt's hier noch nicht. Shirt. Shirt und Boots. Walllight. Hier ist ja echt schon jede Menge Zeug drin. Ah, okay. Hier kann man Dinge reparieren. Fill tank. Äh. Hier ist gar nichts drin. Ach so, okay. Ah, aber. Ah, okay. Äh, hab ich Benzin dabei? Nö. Gut, man macht das alles durch, äh, mit dem Dingsbums hier. Car-Engine. Batterie. Jetzt fehlen mir noch drei Räder. Und ein paar Türen. Kann ich das, ähm, hier auch machen? Ich will das an dem Wagen machen, der, ähm, etwas näher an meiner Basis liegt. Sieht schon geil aus, die Grafik. Also, muss ich erst sagen. Mit dem Sonnenlicht. Batterie. Kommt, hier rein. Fünf Minuten. Ach so, das. Sind fünf Minuten. Okay. Non, 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 non. Und ein Engine. Wo kommt der hin? Da. Ist ja gar nichts drin. So. Benzin haben wir im Schrank drin. Unser erster Reifen. Oh, ah. Noch ein Reifen. Sehr gut geparkt. Duct tape. So. Also, Reifen findet man auch an Autos. Ding, klang. Gar nichts. In den Keller komm ich nicht rein. Na, klasse. Ist auch vielleicht gut so, weil in, 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 so Kellern passiert irgendwie nie gut ist. What a bad. Mist. Ich kann das bestimmt nicht mitnehmen. Ach. 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 Ich kann das als meine Basis machen. Da hätte ich aber schon, ähm, 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 ein Bett drinne. Aber keine Schränke. Aber keine Schränke. Ach, hier. Oh, ein Messer. Oh, 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 oh. Soll ich das jetzt als meine, meine Basis machen und dann, ähm... Warte, ich schlafe nochmal. Hm. Ich hoffe, mein Zeug, was ich in der anderen Basis habe, ist jetzt nicht verschwunden. Hm, ich brauch dringend ein Auto. Oh oh. Oh Gott. Geh, bitte. Danke. Oh, da vorne war unsere Hütte, oder? Unser Haus, unsere Villa. So. Ist das ja schon fast fahrtüchtig. Hä? Ach so, Mist. Füllte Tank. Mist, das kann ich nicht nehmen als Benzin. Kacke. Was ist noch? Die Batterie? Äh. Hier rein. Ich kann das nicht als Benzin nehmen, benutzen. Kacke. Da ist hier noch ein Reifen irgendwo. Reifen. Ah, ein Barrelfire. Und ein Gears. Die Gears of War. Ich habe ja jetzt eine Knarre, ja? Ich könnte ja den netten Herrn in unserem Hotel, das wir zu Anfang gesehen haben, besuchen. Und dort eigentlich alles wegloopen. Ich hoffe, ich verkacke jetzt nicht. Ich bin nämlich sehr schlecht im Zielen, wie man bestimmt schon mitbekommen hat aus anderen Spielen. Na ja, äh, ich bin verwundet. Mist, 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 Mist. Ich habe keine Bandage mit, oder? Split Moon. Nein. Mist. Bandage, äh, scheiß Dreck. Und ich blute am Abend. Mist. Sugar, kann ich hier mal mit. Und meine Knarre. Munition. Riffle Ammo. Oh, kein Gott. Oh! Und das hier. Ein Searing Kid. Äh, kann ich das nehmen? Nee. Oha, ich habe einen Haufen Munition. Ich nehme mal das weg und das hier. Und die Cola trinke ich. Äh, mein Herz. Rifle Ammo. Rifle Ammo. Scheißdreck. Ich brauche dringend irgendwas, ähm, zum Heilen. Ich habe zu Hause Bandagen. Mist, 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 Mist. Oh. Das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht ja doch. Ich glaube, ich werde zum ersten Mal sterben. Ich hoffe, ich kann mein ganzes Zeug dann looten. Ich laufe extra nur auf der Straße rum, damit ich meinen Körper so schnell wie möglich wiederfinde. Da geht's rein. Oh. Mein Austauslär. Scheißdreck. Da ist noch ein Bär. Da ist noch ein Bär. Ja.